Agamemnon ist in der griechischen Mythologie ein Herrscher von Mykene und der Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg. Mythos Agamemnon war der Sohn des Atreus und der Aerope. Er stammte damit von Tantalus ab und unterlag daher dem Fluch der Tantaliden. Seine Ehefrau Vakletheimnistra. Nach einer späten Version, die wahrscheinlich erst Eurypides erdichtet hat, war Vakletheimnistra zuvor mit Tantalus, Sohn des Thystes oder des Broteas, verheiratet, den Agamemnon tötete. Mit ihr war Agamemnon Vater der Iphigenie, der Elektra, des Orestes und der Chrysoemis. Als Oberbefehlshaber der Griechen führte er die griechischen Fürsten gegen Troja. Der mythische Anlass des Trojanischen Kriegs war die Entführung der Frau seines Bruders Menelaus, der Schönhelner, nach Troja durch Paris. Nach der Sammlung des Heeres und der Flotte konnten diese noch nicht aufbrechen, da Artemis gegen Winde sandte. Nachdem Agamemnon in Aulis eine ihrer heiligen Hirschkühe erlegt hatte, um die Winde zu besinftigen, riet ihm der Seer Kajas, seine Tochter Iphigenie der Göttin zu opfern. Im letzten Moment aber erbarmte sich Artemis, legte stattdessen eine Hirschkuh auf den Altar und entführte Iphigenie nach Tauris. Als Oberkönig und Herrführer der Achaier führt Agamemnon die Bezeichnung Anaxandron, zu Deutsch Herr der Männer. Agamemnon, den die Ilias zuweilen als arrogant und egoistisch erschienen lässt, führte die Achaier mit Stärke. Doch schien es ihm dabei an Weitblick zu mangeln. Vor allem sein Streit mit Achileus bringt die Achaier in schwere Bedrängnis. Agamemnon hat die Krüseis, die Tochter des Apollon-Priesters Krüses, als er geschenkt zugesprochen bekommen. Als der Priester die Tochter von Agamemnon freikaufen wollte, wurde er von Agamemnon bedroht und verjagt, woraufhin Krüses zu Apollon betete. Er möge die hochmütigen Achaier strafen. So erregte Apollon mit seinen Pfeilen eine schlimme Seuche im Lager der Griechen. Und im Kriegsrat der griechischen Fürsten machte der Serkaiches auf Achileus Anweisung Agamemnon für die Seuche verantwortlich, der Zähne knirschend seine Beute zurückgeben musste. Da er als Oberkönig aber nicht ohne Ergeschenk sein kann, beschafft er sich von einem der Fürsten einen Ersatz. Durch seinen Raub der Kriegstrophäe des am Verlust schuldigen Achileus der Jungfrau Briseis stürzte er die Achaier in eine Krise, da sich Achileus gekränkt vom Kampf zurückzog. Im elfte Gesang hat er seine Aristie. Er wird bei der Einkleidung in seine Rüstung und dann als unwiderstehlicher Kämpfer gezeigt, der viele Trojaner tötet. Nach zehnjähriger Belagerung fiel Troja. Auf der Heimfahrt wurde Agamemnon durch einen Sturm auf die Insel Kreta verschlagen, wo er drei Städte gründete. Zwei davon benannte er nach Orten in seiner Heimat, der dritten gab er zum Andenken an seinen Sieg, den Namen Pergamon. Kurz darauf kehrte er mit der trojanischen Seherin Kassandra nach Mykene zurück. Dort wurde er von seiner Frau Kletheimnistra und ihrem geliebten Aegisthos im Bad erdeucht, als Strafe dafür, dass Angamemnon Iphigenie geopfert hatte. Nach einer Version der Sage wurde auch Kassandra ermordet. Wegen des Mordes an seinem Vater tötete Angamemnons Sohn Orestes Jahre später seine Mutter. Die Spartaner sahen sich als Nachfahren Angamemnons, womit sie auch ihre Führungsrolle in Griechenland begründeten. Aus diesem Grunde wurden die Gebeine Orestes nach Sparta überführt. Es wird aber auch in der modernen Forschung die Meinung vertreten, dass Angamemnon ursprünglich als König von Sparta galt und zusammen mit Menelaus ein Doppelkönigtum bekleidete. Erst die homerischen Eben hätten ihm die Rolle des Königs von Mykene zugewiesen. Genealogie Goldmaske des Angamemnon 1876 entdeckte Heinrich Schlimmern bei Ausgrabungen in Mykene eine goldene Maske, die er dem mythischen Angamemnon zuordnete. Nach heutigen Erkenntnissen stammt diese Goldmaske des Angamemnon allerdings aus dem 16. Jahrhundert v. CHR, also ungefähr drei Jahrhunderte vor der Zeit, die für den eventuellen historischen Kern der Sagen um Troja angenommen wird. Benennung Nach Angamemnon ist der Mount Angamemnon in der Antarktis benannt. Begnämpft 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 Begnämpft